Yo Freunde, es ist Donnerstag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Der heutige Shop ist ein bisschen komisch, weil, ich zeige es euch direkt mal, wir haben heute einfach schon wieder diese Skins drin. Das waren ja die Winter-Skins, die erst, ja, vor relativ kurzem rauskamen. Die sind schon wieder drin. Winter ist ja, es war noch nicht wirklich vorbei, aber ich hätte gedacht, dass zumindest thematisch irgendwie das schon jetzt abgeschlossen ist. Auf jeden Fall sind die beiden Skins wieder drin. Ihr seht auch hier 800 V-Works Rabatt, wenn man die hier so zusammenkauft. Man kann sie, glaube ich, genau auch einzeln kaufen. Ja, hier sind sogar noch im Hintergrund so Zuckerstangen und Weihnachtsstuff. Also irgendwie ein bisschen unpassend. Weihnachten ist eigentlich vorbei. Hier auch ein Weihnachtsbaum und so. Naja, auf jeden Fall sind die heute nochmal drin für alle Leute, die das irgendwie nicht, ja, haben konnten. Man kann sie nochmal heute holen. Dann ist auch das Falken-Clan-Set komplett wieder drin. Natürlich Kunja und Kenji. Der Falk habt ihr gerade schon gesehen. Die beiden Hacken sind beide wieder da mit coolen Sounds und natürlich auch die beiden Backpacks dazu. Nices Paket. Habe ich mir, glaube ich, genau, ich habe mir sogar alles davon geholt. Dann auch da habe ich mir alles geholt. Das gesamte Galaxy-Paket ist wieder drin. Sehr geiles Paket. Eins der besten, meiner Meinung nach, in Gesamt-Fortnite. Auch die Hacke ist geil. Ja, ein Kleider ist auch in Ordnung. Kostet für mich 4K, aber ich glaube, es ist günstiger, wenn man noch nicht alles hat. Äh, der RGB-LED-Skin. Hm, nicht so mein Fall. Hacke dazu. Und auch die Lackierung ist okay. Also ich habe mir jetzt, glaube ich, nichts in der... Davon habe ich mir nichts geholt. Äh, oh, wir haben sogar was Neues. Das schauen wir uns gleich an. Erstmal hier kurz der Fuchs für 1-2. Finde ich cool. Der Einsatzurlauber. Relativ random Skin-Kombination eigentlich. Also Urlauber und Einsatz. Bisschen komisch, aber... Ja, eigentlich ganz cooler Skin. Schaut relativ clean aus. Mag ich. Genau, dann haben wir noch eine neue Lackierung. Die Lama-Liga ist animiert. Sogar relativ cool animiert. Ich muss sagen, Fortnite-Animationen sind bei Skins, so für Lackierungen, quasi relativ wack im Durchschnitt. Deswegen freue ich mich über jede, die mal so ein bisschen cooler ist. Ich würde sagen hier gerade, dass es so eine doppelte Animation ist. Auch hier sind diese kleinen Striche drauf. Das macht es schon ein bisschen besser. Also, ja, schon eine der besseren für 500-Liebugs ist in Ordnung. Hier wildes Wacken. Ja, das ist wieder der Wacken-Emote. Quasi einfach als Musik. Dann der verdiente Sieg. Deswegen das ein W für Win. Finde ich nice. Quasi der Gegenpart zum Loose-Dance, zum Looser-Dance. Fingerpistolen. Finde ich auch ganz cool für 200-Liebugs. Arkane ist noch drin. Jinx ist noch drin. Hawkeye ist noch drin. Das Paket hier mit dem neuen Packs auch drin. Ja, würde ich sagen, ist cool. Gefällt mir. Auf jeden Fall ein Top heute, würde ich sagen. Cooler Shop. Wenn ihr euch was holt, ihr wisst ja gerne, Crater-Ghost-Songs ertragen, würde ich mich natürlich wie immer drüber freuen. Und ja, dann hören wir uns natürlich wie jeden Tag auch morgen wieder zum nächsten Shop-Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann haut rein. Und bis morgen, Freunde. Macht's gut. Moltes Trüß! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!